Hallo und herzlich willkommen zu diesem Unboxing Video des Samsung Galaxy S9 Plus in der neuen Farbvariante Polaris Blue. Es handelt sich hier um die 64 GB Duos Variante, somit besteht hier die Möglichkeit zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine Micro SD zu nutzen. Wie von Samsung gewohnt, wird auf das Polaris Blaue S9 Plus in einer meiner Meinung nach hochwertigen und edlen Verpackungen geliefert. Auch technisch ist das Polaris Blaue S9 Plus unverändert zu den bisherigen Varianten. Wir haben ein 6,2 Zoll Super AMOLED Display, eine Dual Cam mit jeweils 12 Megapixeln, zweifach optischen Zoom usw. Stereo Lautsprecher, Wasserdichtigkeit nach IP68, die genannten 64 GB Speicher sowie 6 GB Arbeitsspeicher. Und natürlich bietet es noch viel mehr. So, dann packen wir das gute Ding mal aus. So mache ich auch gleich das Garantiesiegel auf. Auch so ist die Verpackung sehr edel. In diesem Schuber geliefert. Und dann ist hier die richtige Verpackung. Hier ist auch nicht viel zu erkennen. Und hier müssen wir einmal das Garantiesiegel, es ist sogar schon offen. Generell hat sich hier beim Auspacken ja auch nichts geändert zu den anderen S9 Plus Modellen. Und hier ist es auch schon. Das müssen wir noch rauskriegen. Es ist noch ein bisschen kalt, deswegen sieht man jetzt wahrscheinlich einen Haufen Fingerabdrücke, da es doch in der Packstation jetzt noch lag. Ich wollte es natürlich gleich auspacken. Ich muss sagen, wenn man es jetzt so in echt sieht, auch die Farbe, wobei sie jetzt noch ein bisschen angelaufen ist, wirkt schon ganz schön. Aber ich lege es jetzt erstmal zur Seite und dann schauen wir mal, was noch beilegt. Erstmal haben wir hier die ganzen Unterlagen. Darin enthalten ist auch die Nadel, um das SIM-Kartenfach zu entfernen. Und ein Quick Start Guide ist enthalten. Mit dabei ist natürlich der Quick Charge, Lader. Dieser bietet wieder 9 Volt Output mit 1,67 Ampere oder 5 Volt mit 2 Ampere. In einem schönen schwarz gehalten. Bisher bin ich nur reiß gewohnt von meinem S7 Edge. So, dann haben wir hier zwei Adapter. Einmal einen, das dürfen beides OTG Adapter sein. Einmal USB-C auf USB-A und einmal USB-C auf Micro USB. So, hier ist noch das Ladekabel nach USB-C. Und hier sind die Kopfhörer. Das sind die speziell von AKK getrunken. Die sollen ganz gut klingen. Ich habe sie bisher noch nicht gehört. Aber werde ich jetzt dann nachholen. Und hier sind noch verschiedene Aufsätze für die In-Ears. Mehr ist hier gar nicht drin. So, und hier ist es wieder. Das Samsung Galaxy S9 Plus im Polaris Blau. Wie immer will ich eigentlich die Schutzfohlen gar nicht abziehen. Aber wir wollen ja die gesamte Schönheit sehen. Auch ohne dieses angelaufene Metall mit diesem Glas jetzt. Einmal hier vorne. Ein schönes Geräusch. Und einmal hinten. Dann mache ich noch diesen kleinen Aufkleber hier weg. Ich glaube, der stört nur im Farbverlauf. Und ich muss schon sagen, nachdem ich es bisher nur auf den Bildern sehen konnte, es ist ja gerade frisch rausgekommen, das Polaris Blau mit dem Farbverlauf sieht schon echt klasse aus. Bisher hatte ich eigentlich immer geplant, wenn ich mal ein S9 Plus hole, dass es dann das in Coral Blue wird. Also dem bisherigen Blauton. Aber jetzt wurde es eigentlich zum Glück doch die neue Farbvariante. Ich hoffe, auf dem Video kommt das einigermaßen rüber, da ich hier mit dem Glitz um S7 arbeite. Aber es sieht schon toll aus. Und dann müssen wir jetzt echt umstellen vom S7 Edge. Es ist ja noch mal ein bisschen größer. So wie bei jedem anderen S9 Plus auch, finden wir auf der rechten Seite den Power Knopf. Auf der linken Seite finden wir oben die Lautstärkewippe. Lauter, leiser. Die Big Speed Taste ist darunter angeordnet. Auf der Oberseite finden wir das SIM-Kartenfach. Und hier sehe ich gerade, dass außenrum auch noch eine Folie ist, die ich gleich abmachen werde. Noch kurz zur Unterseite. Einmal Klinke. Einmal USB-C-Port, Mikrofon und der Lautsprecher. So. Schauen wir mal, wie wir das hier noch abkriegen. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber jetzt ist der Rand auch befreit von der Schutzfolie. Und auch hier am Rand kann man sehen, oben ist es Polaris Blau mit dem Farbverlauf ins Helle. Und unten ist es eigentlich Silber. Mit blauen Farbakzenten. Für die Antennenaussparungen. Ja, sieht echt gut aus. So, noch zur Rückseite, die ist ja auch allseits bekannt. Die beiden Dualcams, Blitz und der, wie heißt der, Herzfrequenzmesser, sowie der Fingerabdrucksensor. Und was man auch schon sehen kann, ich halte es mal so ein bisschen in die Kameras. Es nimmt schon gut Fingerabdrücke auf. Das bin ich von meinem schwarzen Galaxy S7 Edge auch gewohnt. Das ist noch schlimmer. Und das lege ich jetzt auch mal gleich dazu, dass wir hier so einen kleinen Vergleich sehen. Es ist ein bisschen höher, das S9 Plus. Ich glaube auch, es ist ein bisschen minimal. Es ist breiter und es soll auch dicker sein. So, wieso habe ich mir eigentlich ein neues Handy geholt? Eigentlich ist das S7 Edge doch noch super in Schuss und ich muss auch sagen, es funktioniert auch ohne Probleme. Aber leider hat sich hier vor neun Monaten schon die pinke Linie des Todes gezeigt. Wobei, wie gesagt, es läuft ansonsten ohne Probleme. Nur die pinke Linie stört dann doch irgendwann. Deswegen habe ich mir jetzt das S9 Plus geholt. Gerade zu der Zeit, dass das Polaris Blau rauskam. Nachdem ich es jetzt daneben sehe, das macht echt schon was her an dieser dünne Rand. Es ist schon ganz anders. Da ist das Display ja schon so groß wie das S7 Edge. Gefällt mir. So und das war es auch schon mit dem Unboxing. Mehr kann ich jetzt glaube ich nicht zeigen. Das meiste, was das S9 Plus kann, sieht man in vielen anderen Videos. Aber da das ja neu ist, das Polaris Blau, wollte ich es euch einfach mal direkt zeigen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald!